Das Hotel Sonnenhalde liegt idyllisch am Dorfrand von Arosa in sorgfältig gepflegter Umgebung. Die 25 gemütlichen und komfortabel eingerichteten Nichtraucherzimmer wurden 2006 renoviert und ausgebaut. Sie verfügen über TV, Minibar, Dusche und WC. Auf unseren Sonnenbalkonen geniessen Sie das herrliche Bergpanorama. Ein reichhaltiges, mit viel Liebe zubereitetes Frühstücksbüffet erwartet Sie jeden Morgen in unserer Sunna Stuba. Genau das Richtige, um gestärkt in einen erlebnisreichen Tag zu starten. Bequem und gratis gelangen Sie mit dem Bus oder den Bergbahnen an Ihr Ausflugsziel. Arosa bietet Ihnen verschiedenste Möglichkeiten, um den Sommer zu geniessen. Lassen Sie Ihre strapazierten Muskeln in unserer Sauna oder im Dampfbad wieder aufleben. Für Kurzweil sorgen auch viele Gesellschaftsspiele sowie für unsere kleinen Gäste das Kinderland. Oder wie wäre es gar mit einem packenden Duell beim Tischtennis. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Hotel Sonnenhalde Arosa.